So, hier starten wir. Wo gehen wir hin? Kurze Info, genau. Glaub ich mal gucken, wie das fällt. Das ist eine Meteoroute. Am Monte escuro vorbei, der Steinbruch. Da müssen wir noch 100 Meter schwimmen, sehe ich. Genau. Dann ist hier missverstanden. So, mit dem Baum und doch lieb. Schön. Wenn du hoch gehst und so hoch gehst. Auf der Saal sind ganz viele. So hoch, das kannst du nicht machen. Dann musst du das nicht machen. Das ist ja nicht der Norde. Doch, wenn die zu stellen, sind die drinnen. Jetzt haben wir bald eigene Lorbeer daheim. Sonja, hast du das mit Ton? Und Sand. Das ist schlecht, wenn man das nicht sieht. Wobei jetzt haben wir drei. Wir haben Regen. Überall Korrosion durch Wasser. Ja. Da sind wir. Da sind wir. Ja. Da müssen wir hin. Ja. Okay. Entschuldigung, genau. Da hinter dem einen da, hinter dem vorderen ist dann das Oval. Und das ist der Lagur de Kunkun. Das ist die Stimmung, ne? Mit einer fantastischen Sicht auf den Fogo. Wenn du rumkehrst bekommst du einen, kommst hoch. Das ist gut. Gegen Lagoa de Poufou. Wo geht denn die Straße, glaube ich? Welche? Weit zu oben, wo man ganz schön runter kann. Das muss der Grunde-Aussichtspunkt sein, da hinten. Ah, gut. Da geht man so runter. Ah ja, da sieht man das Leiste. Das kann nicht so viel Eintracht sein. Ja. Kommt euch doch vor, als hätte ich Ahnung von dem Ding hier, ne? Ja, da kommt ein Pferd. Ich denke, da kommt ein reißender Wolf. Das ist der Kaffee. Das ist der Kaffee. Nach oben sind Leute. Zauberei. Wo? Ganz oben. Ach, da laufen welche. Diese Wichser mit ihren Motorräsen. Ganz netter. Ja. Ja. Ich mach den sehr. Der ist ganz zuverlässig. Den hab ich ihn noch nie. Da sind sie auch so. Ganz aggressiv. Da sind sie. Da sind die Kaffee. Da sind sie. Da sind die Kaffee. Da sind die Kaffee hier oben. Ach, du. Da geht's. Ah, der Jochen. Da stehen die Autos alle. Ja, ja. Der Aussichtspunkt. Lombardasch. Die Straße da runter. Da drunter ist Lombardasch. Oh, über die ist sie im Angriff. Damit auch jeder mitkriegt, was er kommt. Das ist eine Zweigung. Dann geht's runter nach Calderasch. Calderasch. Da sitzt der West, der guckt. Siehst du, der weiße? Aha. Ja. So. Marsch. Jetzt können wir weiter gehen. Ja, in der Bewegung. Ich sehe das Haus. Mal zu den Cabrasch gehen. Villa Franca gucken. Links. Aha. Ist das irgendwo eine Pau da unten in der Ecke? Ja, ne? Kann sein, ja. 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 Und ist der Turm da hinten? Ist das das, wo wir jetzt hier... Oh, haben sie dich vergessen hier. Das lieben die doch. Hallo ihr. Auch eine ganze Mannschaft. Kann ich mal da dran suchen? Eine ganze Mannschaft. Der ist schön, der Schwarze hier. Hallo. Wo ihr hier seid. Und bei dem Segler sieht man, wie das Meer aus Wasser weggeht, verdrängt. Auf der Hand bist du nicht Heu gegangen. Das hat so eine Heu geschickt. Was? Nein, du bist nicht. Es ist halt immer so ein ganz großer Katamaran im Pontalipal. Wie können die da einen Pfahl suchen, die kaum da mal entlang sind. Oh ja. Wo sind die Zicklein? Da hinten irgendwo, ne? Wo zicken sie rum? Ja, bei dem braunen Recht davon, ne? Ja. Da oben, ja. Da ist auch ein Ansatz vom Weg. Oh nein, das gefällt mir sehr. Ich habe eben in drei Wochen einen Ziegenstimmen. Das Problem ist, dass die Saison zu kurz ist. Das habe ich nichts mehr alles machen. Saison Beginn bis Saison Ende lassen. Also ein paar Jahre mal schon mit den Ziegenstimmen. Und dann, während zwei Wochen, an den Ziegenverkehr gelaufen. Ja. Eigentlich keine großen Probleme. Den Jakobsweg, hat denen schon mal einer was? Aber sie dann nicht kapiert. Ja. Das sind die Bilderwege, wo sie dann zum Masken da hinschröben. Toll. Wöchst du auch was? Hm? Nicht? Ja, der ist gerade geboren, weiter oben, dass nicht wieder runterfahren kann, dass die Mutter dran kann. Sehst du sie? Ja, die Mutter kommt jetzt, schau. Alle kommen, das ist ja herzig. Die ganze Herde trifft zusammen. Die machen sauber, schau. Zwei Geburtshelden. Nein, schau mal, Fred, schau mal, wie sie sie sind. Schau mal, die ganze Herde kommt. Ich habe Papiertücher. Schau mal. Ich stehe ja auch noch runter. Ja, ja. Da war eine rote Insel, gell? Ja, genau. Da hat die Mutter, ja. Jetzt legt sie es, ja. Und wieder. Jetzt komme ich zurück auf deine feuchten Tücher. Beine hat sie jetzt anders. Ja? Ja. Ja. Die lecken, alle lecken die ab. Ja. Ja. Doch die Mutter steht jetzt und leckt, das ist die ganz, die vorne mit der weißen Blässe, das ist die Mutter. Ja? Ja, die hat hinten die Nachgeburt dran. Ah, ja. Da siehst du, die große. So ein scheiß Anfang vom Leben, du. Wir müssen uns hier abseilen. Die, 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 die... Wunderbar. Die Kirsch, unser Häusl, unser Garteneck da, genau. Überall durch die Natur Wege gefräst. Warum Weide gewinnen, Weide gewinnen, Weide gewinnen. Machst du Schuhwechsel? Sein Kaffee ist ein Gericht. Da ist kein Kaffee. Der glaubt mir das.